Nächstes Mal nehm ich die Gurgel, die saugt mir jetzt meinen ganzen Schweiß auf. Der Angstschweiß, weißt du? Jetzt werde ich hier schon abgeschleppt von Männern. Alter, hast du es zugenommen? Ich, natürlich. Willkommen bei den Trailheizern. Das Intro ist zwar ein bisschen verspätet, weil wir sind schon ein bisschen gefahren. Aber wir werden auf jeden Fall gleich mal zu Hoppenbruch. Heute ist Season Opening. Wie die anderen 1000 Videos, die ihr wahrscheinlich bei YouTube gleich sehen werdet. Oder im Laufe des Tages oder der Tage. Aber das war jetzt ein bisschen sehr voll da. Und deswegen sind wir mal einen kleinen Abstecher zu Hohe Waard gemacht. Geiles Wetter, Feiertag. Mega. Also, wir haben mächtig Spaß. Wir haben ordentlich was umgebaut. Und jetzt lasst du wieder üben, üben, üben. So. Ready, steady. Ready, steady, arriba. Ready, steady, arriba. So. Und die Trailheizer sind unterwegs. Season Opening. Hoppenbruch. Wir sind mal gespannt. Und das Knacken geht mir ja schon wieder auf den Sack. Das ist deine Kurbel. Ja, ich denke auch. Deswegen. Das ist nicht die Sattelstütze. Das ist deine linke Kurbel. Ich fahr mal runter. Ich fahr mal runter. Ich fahr mal runter. Nein, Junge. Ich bin hinter dir. Du musst rein. Der kickt deutlich mehr. Ja. Ja, natürlich. Dann springe ich mal eben so. Nein. Bist du bescheuert? Ich glaube nicht mehr in diesem Leben. Ich glaube nicht mehr in diesem Leben. Nee. Okay. Wo muss man hin zum Starten ziehen? Nein. Ja. Hier musst du aufpassen und reißen die Ketten. Ja. Toll, ey. Du wirst einfach langsam vor dir. Weil die Ketten gehen. Jan, Jan. Jan, wir treffen uns unten. Ja. Das haben wir, oder? Ja. Ja, wir bekommen los. Ja, wir werden die Faktion. Ja. 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 ARD Text im Auftrag von Funk Who the fuck, ey? Beim letzten Stoppie gemacht. Ich hoffe. Ah, jeck mich. I don't think I can hold back in this time, no. I don't think I can slow down in this time, no. Jumping in and I know that in this time, oh. I don't think I can hold back in this time, no. So, ich hab alles schon. Okay. Weiter geht's. Ja, muss mit Schwung nehmen, ansonsten geht das ja nicht. So, ich muss mit Schwung nehmen. Hoppala. Ah, zu wenig Schwung dafür. Der wäre überrollbar gewesen. Der wäre überrollbar gewesen. Der wäre überrollbar gewesen. Okay. Okay. So, sind ein paar neue Sachen. Ja. Wir testen nur was aus. Ich bin heute mal faul. Ja, ja. Warte mal. Geh weg dir. Nein. Wie gesagt, einmal gemütlich komplett runter. Damit wir wissen, was uns erwartet. Damit wir wissen, was uns erwartet. Damit wir wissen, was uns erwartet, sag ich. Nächstes Mal, glaube ich, nehme ich die Goggle. Ey, die sorgt mir jetzt mal den ganzen Schweiß auf. Der Angstschweiß, weißt du. Mach mal ran. So, ein kleiner Trip. zur halde hohe ward. hier ist das ziemlich voll. mal gucken wie es da aussieht. uhu, komm ich jetzt ins fernsehen? auf youtube bei unseren 60.000, 150.000 followern. ach ne es waren doch nur 60 oder so. aber egal. schöne grüße gehen vor allen dingen raus an bennys bike shop von dem wir das ganze equipment haben. naja, okay, fast alles. absolute empfehlung der shop. geht auf jeden fall mal hin. google mal bennys bike shop. kompetent und alles. ist jetzt unbezahlte werbung. auf einer denke ich werde hier gesponsort oder so. so, links hoch. noch zwei höhenmeter. immer diese spielkinder hier. jetzt kommt Platz. jetzt kommt Platz. das ist echt, dass du das ganz leichter hast. jg. jetzt kommt der Moment. jg. ss. Oh nein! Oh boller! Ja! Du hast mir aber den Schwung jetzt weggenommen. Okay? Und jetzt? Das war krass. Das war krass. Das war krass. Den hab ich mir vorgenommen. Ja, den hab ich auch schon mal gemacht. Ja! Oh! Ja, da war er! voll nosy alter schwede erfolgreich erfolgreicher tag geht zu ende auf hoppenbruch und einen kleinen abstecher nach hohe ward lecker bierchen mit lecker bierchen alkoholfrei genau richtig auf jeden fall sehr zu empfehlen frc herten hammer mäßig was er geleistet hat definitiv kann man nicht anders sagen wieder neue leute kennengelernt alte bekannte wieder getroffen also immer wieder cool grüße gehen an teddy man nun und masselbart und an die bierte und die vierte alles gut der sein medikamente nicht genommen also bis denne ach so neben er gar nicht bis denne daniel wenn du das siehst kauf dir ein enduro glaub mir es ist ein himmelweiter unterschied zu einem canyon das canyon hat einiges mitgemacht und auch richtig gut aber glaub mir es ist ein unterschied nachtrag ganz gerne mein poppy testen und jetzt